Aufnehmt! Ja, das nenne ich doch mal. Ja, das hat's aufgehört. Nein! Jetzt fängt wieder an. Ist das geil. Leck's! Ja, das ist es. Umso schöner. Die Ohrenfäden, weil ich tue das natürlich. Was? Natürlich hat man so nichts. Schwachsache. Jetzt bin ich draußen. Oh, wie schön ist das denn? Ja, hast du schön gemacht. Und jetzt hier so viele. Hier erschienen drei Kopse nacheinander. Jetzt bin ich noch nichts. Ich bin noch immer fertig, aber ich bin noch nicht dabei. Häh? Hä? Wir haben jetzt mal zwei Venus und zwei Cops gleichzeitig. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. X-Tori hat irgendwie mal wieder Bedenkzeit. Ich drücke auf den Aufnahmeknopf. Was macht das Ding? Initialisieren. Okay, mach das. Dankeschön. Wir wollen mal hier den unten auf der Durchfahrt durchlassen. Die spawnen so blöd. Zuerst fahren die in eine Richtung, dann sind sie auf einmal weg und dann tauchen sie wieder mitten auf der Straße auf. Das ist total erfahrt Sinn. Genau, aber die sind normal. Die war normalerweise immer da. Ich drücke sie auf die schwerste Stelle aus. Rechts ist vorbei und müsste ein Weg sein. Dann im Einringgrund. Die blödsinnere Höhepulst дома sind... In diesemvasseink. Ah, was sind denn das für komische Racks? Genau, und die zwei hier sind normal. Die war auch normal. Die war auch normal. Leider habe ich keine. Das ist ein neues Video. Ne, ich glaube die war auch schon. Okay. Au, was war das da hinten da? Der soll mich nicht mit 300 kmh ranzen. Okay, Leute, zuerst wollen wir noch eine Verwüstung. Dann stehen die Blutner ran mit mich. Und dann fahre ich wieder mit 300 kmh nach vorne. Was sind das hier für eine Verwüstung? Hier stehen 500 Cops da im Weg, ey. Oh, das ist ein seltenes Teil gewonnen. Ja, zumindest laut dem Newsfeed. Oh, ich hab ein I.O. New. Na reinst schätzt gewonnen. Oh, ich hab ihn so gestern gewonnen.